Was sind Praxisprojekte? Das Departement Wirtschaft der Ost ist schweizweit führend in der Praxisorientierung. Ein Fünftel des Studiums sind Praxisprojekte. Die Studierenden sind für Kunden im Markt unterwegs. Das ist einzigartig. Sie setzen bezahlte echte Aufträge um. In der Schweiz oder weltweit in internationalen Teams. Die Teams arbeiten dafür 800 Stunden vier Monate lang. Unsere Dozierenden coachen sie als Fachexperten. Die besten Teams und ihre Projekte werden am WTC Young Leader Award ausgezeichnet.